So, ich stelle euch mal meine Statistik vor. Hier sind es schon 21,4 Kilometer gelaufen, gerannt, gejoggt, ne? 422 Meter sind wir runtergefallen von dem riesigen Berg. Dann, gut, die anderen Sachen haben wir noch nicht. Dann haben wir hier, ach da, Reisen, friedlich, was ist das? Reisen, friedlich, aha, ne. Ne, da gibt es hier noch Filter ändern, ach, meine Punkte, insgesamt, ne, will ich ja nicht, überhaupt noch was anderes. Ach hier, bitte, okay. Dann haben wir 1322 Erdblöcke abgebaut, Pflasterstein haben 150 abgebaut, 144 Sand haben wir abgebaut und dann, ähm, 579 Steine, 13 Dingster, 5 Lame und das andere 0 Landwirtschaft, 26 Eier, 12 Mal Weizen, ähm, 12 Mal Pilze, 3 Zuckerrohre, 0 Eimer, 0 Kürbisse. Äh, umgebracht haben wir, ähm, 6 Zombies, 6 Skelette, 1 Creeper, 6 Spinnen, 0 Skelette mit Spinne, glaube ich, und 0 Kämpfer, 0 Weizen, 0 Weizen, weiß das, was das war, so, das war's schon, ne. Gut, das wollte ich euch nochmal mal zeigen. So, dann starte ich mal, spielen, starten. Ja, ja. Okay, dann sag ich schon mal, let's, äh, let's tear fahren, ne. Hm. Was haben wir denn da draußen? Wart mal. Kann man das... Hab keine Angst, Küchen. Äh, es geht nicht. Naja. Pff. Ich wollte es eigentlich nicht umbringen. Ob ich damals nicht, ähm, füttern konnte, hab ich es aus, aus Boostheit umgebracht, ne. Was haben wir denn jetzt? Leder und Rindfleisch. So, wie viel Leder haben wir denn? Ros... äh, Fleisch haben wir drei. Und wir können, ich hoffe mal, wir haben jetzt fünfmal Leder und 6 Frottes Fleisch. Dann muss ich kurz mal... Ne, ich geh lieber hier hin. Ja, hat mal eine bessere Auswahl. Oh, wo gibt's das? Wo gibt's das? Da. Kleidung, Gold, Brust, Diamond, Und, gut, ähm, und kommt, was ist mit das denn? Frage, Leder. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir doch. Fünfmal Leder haben wir nicht. Ah, weiß ich, warum wir es nicht haben, weil ich es nicht ausgewählt hab. So, das ist jetzt ganz spontan. Ich hab eigentlich was anderes vor. Cool. Wir können uns Lederkappe bauen und Lederstiefel. Ähm, Beschreibung. Gut. Das hat vier, wir brauchen mal fünf. 1, 2, 3, 2, 2, 4, 5. Bauen wir das. Und tun das direkt mal uns aufsetzen. Genau. Super. Dann haben wir hier zum ersten Mal Rüstung. Und dann werden wir wieder. Vielleicht haben wir noch was. Ähm. Das ist verrottet. Das ist vielleicht. Und hier ist nix drin. In der Eckengasse hier ist so ein Knarren drin. Boah. Ah, nix. So, jetzt will ich mal gucken. Wie viel Zaun kostet? Zaun kostet, ähm, drei, äh, vier Stöcke, zwei. Wir haben gar nix. Da hat es noch... Oh, da ist ein nächstes Kuh hier. Komm her, du Sau. Hm, warte mal. Kann ich nur die umbringen? Ich dachte, die kann man auch füttern, sodass wir Landwirtschaft machen können. Ich werde schon herauskommen. Ah, zweimal, ähm... Was haben wir denn jetzt gekriegt? Also da. Was ist das da eigentlich? Was sind denn eigentlich diese Glühbirnchen da? Die da immer rum... fliegen. Rum. Naja, das tun wir auch direkt hier rein. Da haben wir jetzt gekriegt... Genau, zweimal Leder. Warte, also pro Kuh sage ich mal, zwei Leder. Jetzt, jetzt haben wir... Warte mal, vier Fleisch. Ja, gut, den Appel lasse ich hier. Ne? Du kleiner Puffpuff. So. Guten Appetit. Haben wir Holz. Ach, hier. Ich bin jetzt hier ver... Satt. Satt. Da... Bin ich denn hier eigentlich? Äh... Shut the hell out, ey. Männchen-Skinner. Äh... Oder soll ich mal versuchen? Also... Naja, ich soll nicht so dieses letzte Part machen, aber... Mh... Attacke... Aufschümmel, Gebrüll. Aaaaaaah... Pfff... Schammt es mich so an, du fettes Sau, du. Mh... Mh... Also ich weiß nicht, weil ich... Ich wollte eigentlich... Ich hab eigentlich was anderes. Marmor, Stein und Eisen bräuchte. Nur das Schäfchen immer nicht. Bam, 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 da, da. So ist egal, so. Ähm... Wir essen kurz mal was. Ne, Appels sind immer gut. Spälen... Haben wir zwei. Ich will einfach nur mal gucken. Bum, 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 au, au. Ah, wutsch, wutsch, wutsch. There is the sand, the line in the sand. So. Warte, in welche Richtung war das hier lang, ne? Ich will mal zur Lava gehen. Und da gibt's jetzt, ähm, hoffentlich Eisen. Eis, sah aus wie Eisen. Oh, wir haben eine Steinspitzhacke dabei. Vorher, wo wir da unten mal waren, hat man nichts dabei... Also, ähm... Nichts, nichts, nü... Hat man nichts Nützliches dabei... Was ist denn das hier? Nichts Nützliches dabei gehabt. So, jetzt will ich das mal ausprobieren. Ich weiß mal nicht, ob ich richtig bin. Ähm... Nichts grad ganz ge... Ne, wir sind... Nicht richtig. Wie viel Uhr? Hm. Wir sind grad nicht richtig... gewesen. Scheiße. Hier? Ne. Aber hier. Hier ist immer richtig. Wir sind ein bisschen falsch gelaufen, glaub ich. Nee. Fuck ey. Wo ist denn unser Heim? Hier haben wir Löwentarnival. Jump, 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 jump. Guck, wenn wir hier immer so hochjumpen, dann kommen die Tiere... Auch einmal zum... Zu uns. Da sind wir tot. Bzw. Wir werden ange... Scheiße. Das sind rote Blüben, keine Spinde. Mann, wo bin ich denn jetzt? Nee, hier bin ich falsch. Ach. Ja, meine Fahrrad, wo ich wohne. Ich hab mich verlaufen. Hm, fuck. Ach, da drüben. Alles gleich, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. So, vorsichtig, runter hier. Vorsichtig. Da. Hä? Jungen, wo gibt's hier doch Lava? Was ist denn das? Nee. Das Skelett patrouilliert da hinten. Wo ist meine Heimat? Jetzt schon wieder. Ich hab ein Problem mit da auch hin. Äh. Da drüben... Patrouilliert ein Skelett. Da wohnen wir. Gut, da wohnen wir. Meisenscheiß. Meisenscheiße. Wir sind hier richtig. Da. So, was haben wir hier? Yes! 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 Ich hab's mir doch gedacht. Scheiß die Wand an. Was brauchen wir denn für einen Eimer? Was brauchen wir denn für einen Eimer? Egal. Da, da, nun... Ähm. Ähm, ja... Nee. Vor... Ja, hier war diese Creeper. Hier ist der Wasserfall hier. Kluck, kluck, kluck. Ich hab's mir schon länger gedacht. Ähm. Ich hab's mir aber nicht getraut, hierher zu kommen. Wir brauchen Eisen in der Hauptsache erstmal für... Geil. Für einen Eimer. Vielleicht tun wir in dieser Folge schon einen Eimer herstellen. Ich weiß es nicht. Wie viele haben wir jetzt? Sechs. Komm, machen wir mal zehn. Nun gehen wir zurück. Und gucken, wie viel ein Eimer kostet. Wo haben wir denn hier noch... Steine brauchen wir allerdings auch. Weil Steine brauchen wir hier unten nicht. Aber wo haben wir denn... So, wo haben wir denn hier jetzt noch Eisen? Ich bin jetzt nicht runtergekommen, um... Steine zu holen. Ähm. Hallo? 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 Ich bin jetzt kein Eisen mehr. Das爽? Ach da hinten, doch. Äh, ich komme jetzt da hin. Das Werkzeug haben wir nicht mehr dabei. Wir haben noch eine Hacke dabei, aber... Ich habe da... Das ist die noch hält. das war keine gute idee hier habe ich auch meine karte verloren kann man die karte wiederholen wisst ihr das da oben da oben was ist das das wusste ich nicht ich dachte kohle kann man nur brennen selber machen dachte ich habe ich so lange weiter bis hier mein dings kaputt ist und jetzt haben wir steine sind jetzt nichts mehr so was gute aber eisen ist selten das muss ich sagen aber geil dass das hier kohle ist das wusste ich nicht immer gewonnen was sind das immer für einschuss löchern das ist kohle ach das freut mich ich dachte kann man selber machen jetzt müssen wir hier raus und richtung heimat wow dann will ich hier ist eisen wenn wir das nämlich mit der hand abbauen wollen dann ne stopp hier lang dann kriegen wir nämlich nichts verstehst du dann hauen wir nämlich dagegen und dann da verschwindet es einfach das freut mich dass wir doch kohle abbauen kann das wusste ich ehrlich gesagt nicht wir haben zwar gleich die 20 minuten erreicht aber egal ich will nur mal gucken ob wir jetzt mal einen eimer bauen können erst mal will ich mein ding ist ein ne ich sag jetzt schon mal guten tag zu euch sage ich tschüss und bis zum nächsten mal euer mc carlos tschau